3 Notfall Kaffee Aus, falls ihr das hier hört, lasst mich bitte raus. Da ist ein Knopf unter einem der Tresen in der Schmuckabteilung. Ich habe solchen Durst. Bitte, irgendjemand, beeilt euch! Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in drei Sekunden wiederholt. Hallo? Ist jemand da draußen? Ich bin in dem Juweliertresor bei Falunz gefangen. Ist jemand da draußen? Bitte helft mir! Was ist da draußen los? Ich habe gespürt, wie die Erde seht und seitdem nicht mehr. Ich bin in der Arie. Ja, das war's. Was ist jemand da draußen? Bitte, helf mir. Ich bin nicht da draußen. Ich habe gespürt, wie die Erde weht doch seitdem nichts mehr. Das ist vier Tage her, glaube ich. Falls ihr das hier hört, lasst mich bitte raus. Da ist ein Knopf unter einem der Tresen in der Schmuckabteilung. Ich habe solche für uns. Bitte, irgendjemand, beeilt euch. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in drei Sekunden wiederholt. Geschafft. Die Nachricht wird in drei Sekunden wiederholt. Das wäre es. Cool. Schön. Gönle dich ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe einen schönen Tag, aber ich habe einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020